Ich bin der Jan. Ich bin die Glorina. Und ich bin die Selina. Hallo, ich bin der Jan Pinschmidt. Ich lerne den Beruf Konstruktionsmechaniker Fachrichtung Schweißtechnik bei der LBF in Autofahrt. Ich habe den Beruf gewählt, weil es mir Spaß macht, mit dem Teil zu arbeiten und weil ich mich weiterbilden kann. Also komm vorbei und check meinen Job!